Kurt Tucholsky – Ratschläge für einen schlechten Redner Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Meilen vor dem Anfang. Etwa so. Meine Damen und Herren, bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen Sie mich Ihnen kurz... Hier hast du schon ziemlich alles, was einen schönen Anfang ausmacht. Eine steife Anrede, der Anfang vor dem Anfang, die Ankündigung, das und was du zu sprechen beabsichtigst und das Wörtchen kurz. So gewinnst du ihm nur die Herzen und Ohren der Zuhörer. Denn das hat der Zuhörer gern, dass er deine Rede wie ein schweres Schulpensum aufbekommt, dass du mit dem drohst, was du sagen wirst, sagst und schon gesagt hast. Immer schön umständlich. Sprich nicht frei, das macht einen so unruhigen Eindruck. Am besten ist es, du liest deine Rede ab. Das ist sicher, zuverlässig. Auch freut es jedermann, wenn der lesende Redner nach jedem Viertelsatz misstrauisch hochblickt, ob auch noch alle da sind. Wenn du gar nicht hören kannst, was man dir so freundlich redet, und du willst durchaus und durchum frei sprechen, Du Laie, du lächerlicher Cicero. Nimm dir doch ein Beispiel an unseren professionellen Rednern, an den Reichstagsabgeordneten. Hast du die schon mal frei sprechen hören? Die schreiben sich sicherlich zu Hause auf, wann sie hört, hört rufen. Ja, also, wenn du denn frei sprechen musst, sprich, wie du schreibst. Und ich weiß, wie du schreibst. Sprich mit langen, langen Sätzen, solchen, bei denen du, der du dich zu Hause, wo du ja die Ruhe, deren du so sehr benötigst, deiner Kinder ungeachtet hast, vorbereitest, genau weißt, wie das Ende ist, die Nebensätze schön ineinander geschachtelt, so daß der Hörer, ungeduldig auf seinem Sitz hin und her träumend, sich in einem Kolleg wähnend, in dem er früher so gern geschlummert hat, auf das Ende solcher Periode wartet. Nun, ich habe dir eben ein Beispiel gegeben. So mußt du sprechen. Fang immer bei den alten Römern an und gib stets, wovon du auch sprichst, die geschichtlichen Hintergründe der Sache. Das ist nicht nur Deutsch, das tun alle Brillenmenschen. Ich habe einmal an der Sorbonne einen chinesischen Studenten sprechen hören, der sprach glatt und gut Französisch, aber er begann zu allgemeiner Freude so. Lassen Sie mich in aller Kürze die Entwicklungsgeschichte meiner chinesischen Heimat seit dem Jahre 2000 vor Christi Geburt, er blickte ganz erstaunt auf, weil die Leute so lachten. So mußt du das auch machen. Du hast ganz recht. Man versteht es ja sonst nicht. Wer kann denn das alles verstehen? Ohne die geschichtlichen Hintergründe. Sehr richtig. Die Leute sind doch nicht in deinen Vortrag gekommen, um lebendiges Leben zu hören, sondern das, was sie auch in Büchern nachschlagen können. Sehr richtig. Immer gib ihm Historie. Immer gib ihm. Kümmere dich nicht darum, ob die Wellen, die von dir ins Publikum laufen, auch zurückkommen. Das sind Kinkerlitzchen. Sprich unbekümmert um die Wirkung, um die Leute, um die Luft im Saale. Immer sprich, mein guter Gott, wird es dir lohnen. Du mußt alles in Nebensätze legen. Sag nie, die Steuern sind zu hoch. Das ist zu einfach. Sag, ich möchte zu dem, was ich soeben gesagt habe, noch kurz bemerken, dass mir die Steuern bei weitem... So heißt das. Trinkt den Leuten ab und zu ein Glas Wasser vor. Man sieht das gern. Wenn du einen Witz machst, lach vorher, damit man weiß, wo die Pointe ist. Eine Rede ist, wie könnte es anders sein, ein Monolog. Weil doch nur einer spricht. Du brauchst auch nach 14 Jahren öffentlicher Rednerei noch nicht zu wissen, dass eine Rede nicht nur ein Dialog, sondern ein Orchesterstück ist. Eine stumme Masse spricht nämlich ununterbrochen mit. Und das mußt du hören. Nein, das brauchst du nicht zu hören. Sprich nur, lies nur, donnere nur, Geschichte nur. Zu dem, was ich soeben über die Technik der Rede gesagt habe, möchte ich noch kurz bemerken, dass viel Statistik eine Rede immer sehr hebt. Das beruhigt ungemein, und da jeder imstande ist, zehn verschiedene Zahlen mühelos zu behalten, so macht das viel Spaß. Kündige den Schluss deiner Rede lange vorher an, damit die Hörer vor Freude nicht einen Schlaganfall bekommen. Paul Lindau hat einmal einen dieser gefürchteten Hochzeitstoaste so angefangen. Ich komme zum Schluss. Kündige den Schluss an, und dann beginne deine Rede von vorn, und rede noch eine halbe Stunde. Dies kann man mehrere Male wiederholen. Du mußt dir nicht nur eine Disposition machen, du mußt dir den Leuten auch vortragen. Das wird's die Rede. Sprich nie unter anderthalb Stunden, sonst lohnt es sich gar nicht, erst anzufangen. Wenn einer spricht, müssen die anderen zuhören. Das ist deine Gelegenheit. Missbrauche sie. Peter Panther, 1930 Ratschläge für einen guten Redner Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze Klare Disposition im Kopf, möglichst wenig auf dem Papier Tatsachen oder Appell an das Gefühl Schleuder oder Harfe Ein Redner sei kein Lexikon Das haben die Leute zu Hause. Der Ton einer einzelnen Sprechstimme ermüdet. Sprich nie länger als 40 Minuten. Suche keine Effekte zu erzielen, die nicht in deinem Wesen liegen. Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache. Da steht der Mensch nackter als im Sonnenbad. Merk Otto Brahms Spruch Was gestrichen ist, kann nicht storschweilen. Peter Panther, 1930 Wir sehen uns mal unter und hören, bitteộ melden die Genteiffe an. Wir sehen uns ja, wenn wir deine Musik nackt. Und wenn wir die, Commission nackt. Wir sehen uns ja, wenn wir die du nicht hervorragten will. Untertitelung des ZDF, 2020